Grüß Gott und Willkommen bei Glaubenskompass. Heute geht es bei uns wieder um Papst Pius XII. Für viele ist er einer der ganz großen Päpste der Geschichte. Andere würden ihn buchstäblich gerne zum Teufel wünschen. Heute sprechen wir vor allem über das Pius-Bild, das unsere Zeit von ihm gezeichnet hat. Und dazu begrüße ich wieder den Historiker und Publizisten Michael Feldkamp. Herzlich willkommen. Herr Dr. Feldkamp, wir haben in der letzten Sendung vor allem über Papst Pius XII. Haltung in der Zeit des Nationalsozialismus gesprochen. Aber er war ja danach auch noch 13 weitere Jahre Papst. Hat er denn auch da noch Akzente setzen können, die heute noch von Bedeutung sind? Man muss zum einen sehen, dass Pius XII. leider über diese 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg häufiger krank war und auch oft über mehrere Wochen. Aber er hat trotzdem sehr viele neue Akzente gesetzt, die zum Teil auch erst nach seinem Pontifikat überhaupt zur Ausübung kamen. Es gibt die berechtigte Vermutung, dass Pius XII. zum Beispiel schon ein Zweites Vatikanisches Konzil angedacht hat. Aber was er vor allen Dingen gemacht hat, er hat schon im Dezember 1944 sich entschieden für die Demokratie ausgesprochen. Die Demokratie als die gute, moderne, neue Staatsform. Was ja insofern ungewöhnlich war, weil zuvor noch Papst Leo XIII. da eher skeptisch war und die Monarchie befördert hat und begünstigt hat. Und so gesehen hat er schon zur demokratischen Öffnung maßgeblich beigetragen und dann vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der europäischen Integration im Einvernehmen mit Charles de Gaulle, mit Robert Schumont oder eben auch mit Konrad Adenauer, einer der Architekten, einer der Architektur Europas mitgewirkt. Pius XII. galt ja auch seit seiner Zeit als Nuncius in Deutschland, als Freund der Deutschen. Nun hatte man ja nach dem Krieg das große Problem, die Vertriebenen integrieren zu müssen. Hat denn das deutsche Volk von dieser Zuneigung profitieren können? Ja, ich glaube sogar, dass dieser Begriff Papa Tedesco, also der deutsche Papst, sogar erst in den 50er Jahren entstanden ist. Um eben genau deswegen, wie Sie richtig sagen, weil Deutschland auch davon profitiert hat. Nun muss man Folgendes sehen. Deutschland war ja nun ein besetztes Land von den drei, beziehungsweise vier Alliierten, Siegermächten. Und er hat von Anfang an sein Augenmerk darauf gesetzt, dass man nicht, wie nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt mit Siegerjustiz sozusagen auf Deutschland schaut, sondern sehr wohl die Deutschen sehr früh wieder demokratisiert und wieder teilhaben lässt an dem politischen und gesellschaftlichen Leben ohne Besatzungsmächte. Das war seine Idee. Und er hat auch von Anfang an auch die sowjetische Besatzungszone auch Hilfe angeboten und dort die Bischöfe und Kirchenleute unterstützt, um auch dort ein einverträgliches Leben mit Staat und Kirche zu ermöglichen, was aber dann nicht so vielleicht aufging, wie er sich das erwünscht und erhofft hat. Lassen Sie uns jetzt über das Pius-Bild sprechen. Das hat ja viele Facetten. Wie wurde er eigentlich von seinen Zeitgenossen gesehen, zu Lebzeiten? Pius XII. Ist schon nach dem Zweiten Weltkrieg für seine Haltung zum Holocaust, zur Judenvernichtung angegangen worden. Und zwar geht das zurück auf russische, sowjetrussische Propaganda, die eigentlich schon im Kriegsjahr 1944 lief und Pius XII. eben genau in diese Ecke gerückt hat, dass er den Deutschen hilft, dass er Hitler hilft und deswegen auch zulässt, dass er den Krieg gegen Russland führt und als Gegenleistung würde Hitler, hatte Pacelli geschwiegen zum Holocaust. Das ist eine russische Propaganda, der aufgesetzt ist und die eigentlich ihn von Anfang an begleitet Er selbst hat dazu interessanterweise nie Stellung genommen, außer im Jahre 1945 selbst, wo er sein Schweigen auch begründet hat. Aber das ist eigentlich das Entscheidende. An den Zeitgenossen sind diese Dinge vielfach vorbeigegangen. Für die Deutschen, namentlich für die Westdeutschen, war er der große verehrungswürdige Papst. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ja noch nicht einmal die Möglichkeit, in Deutschland auszureisen. Aber für das heilige Jahr 1950 war das plötzlich möglich. Das ist ein Deal gewesen zwischen Pius XII. und den Alliierten. Denen er gesagt hat, ihr müsst im heiligen Jahr auch den Deutschen die Möglichkeit geben, wieder ins Ausland zu reisen. Also Sprichworten, sprich nach Italien. Das sind natürlich immer nur kleine Dinge, aber das ist das, was dann hängen bleibt. Sie sprachen von der kommunistischen Propaganda und ich glaube auch, die überlebenden Juden des Holocaust haben diese Propaganda auch nicht gut geheißen. Sie hatten auch ein anderes Pius-Bild. Ja, es ist bekannt, hinlänglich, ausreichend, aber es wird viel zu wenig gewürdigt, dass jüdische Gruppierungen, namentlich aus Israel, sich wiederholt bei Pius XII. bedankt haben. Es gibt Wohltätigkeitskonzerte, denen Pius XII. dabei wohnt, ihn zu ehren von israelischen Orchestern und so weiter. Also die Menschen haben ihn hoch verehrt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass eben im allgemeinen Konsens es war, ein allgemeiner Konsens war, dass Pius XII. derjenige war, der das Papststum zu einem neuen Glanz verholfen hat. Was dann dieses Pius-Bild geändert hat, das war ein Theaterstück, nämlich das Theaterstück der Stellvertreter von Rolf Hochhuth. Darin finden sich all die Anklagen, die wir auch heute noch kennen, von wegen der...